Einen wunderschönen guten Tag Freunde, ich grüße euch. Ich habe heute wieder ein Mini-PC für euch. Das ist der NipoG Modell CK10. Ich glaube die Kartons, die sind immer gleich. Deshalb werden wir uns mit denen auch nicht mehr mehr beschäftigen. Uns interessiert im Großen und Ganzen ja nur, ja was ist denn da jetzt eigentlich Feines drin und was kostet der? Den kann man bei Amazon bestellen, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Der kostet aktuell mit einem Gutschein auf der Angebotsseite 419 Euro. Ich habe schon mal ein bisschen nachrecherchiert mit dem i5-11320H. Das ist auf jeden Fall schon mal kein schlechter Preis für die Leistung, die der bringt. Der i5-11320H basiert auf der Tiger Lake Architektur allerdings als Refresh. Und kam im dritten Quartal 2021 auf den Markt. Vier Kernprozessor, Basistakt von 2,5 bis 3,2 Gigahertz und kommt in Boost auf maximal 4,5 Gigahertz. Das ist natürlich auch alles von der Kühlung abhängig. Das hat natürlich die Vorteile. Der Prozessor kann man leisten. Hat natürlich auch Nachteile. Eine akustische Belästigung. Die ist hier allerdings mäßig. Man kann wirklich gut klar unterlasten, wenn man zum Beispiel zocken möchte. Das geht durchaus auch. Dafür haben wir 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher sowie die integrierte Grafikeinheit von Intel. Die Intel Xe Generation 12 TDP beim i5 liegt bei 35 Watt. Das ist auch staunlich niedrig. Das liegt daran, dass der Prozessor ja eigentlich für Notebooks entwickelt wurde. Im Speicher sind wir ganz gut dabei. Der vorinstallierte Festspeicher beträgt 512 GB, ist aber offensichtlich über einen M.2-Slot per SATA angeschlossen. Das schlägt sich natürlich dann in den Lese- und Schreibwerten nieder. Kurz gesagt, die sind nicht so nice. Aber die Nachrüstmöglichkeiten sind erheblich. Wir haben hier noch einen zweiten M.2-Slot, der dann dank NVMe natürlich bedeutend bessere Lese- und Schreibwerte abliefert. Und wenn wir massenhaft Daten speichern wollen, können wir auch noch eine 2,5 Zoll SATA 3 SSD einbauen. Wenn man bedenkt, wie klein das System ist, ist speichermäßig hier also wirklich sehr viel drin. Monitore können wir über HDMI anschließen. Dabei ist allerdings bei 4K ein 60 Hz Schluss. DisplayPort wird leider nicht unterstützt. Dafür gibt es auch tatsächlich für ältere Monitore noch den VGA-Anschluss. Wir haben Dual-Wi-Fi 2,4 und 5 GHz AC, Bluetooth 4.2, 3,5 mm Klinkenanschluss für Kopfhörer, Kabel gewunden und Gigabit-Laden. Wir haben vier USB-A 3.0-Anschlüsse sowie einmal USB-C. Und wir können den Minicomputer an die Rückseite von einem Monitor schrauben. Dafür gibt es nämlich dann entsprechend die Weserhalterung. Natürlich muss der Monitor entsprechend auch Weserhalterung unterstützen. Und so kann man sich hier ein sehr platzspannendes Computer-Setup aufbauen. So, die wichtigsten Anschlüsse, die sind hier auf der vorderen Seite. Das finde ich immer gut. Also der USB-C-Anschluss, die zwei USB-A-Anschlüsse, aber auch hier ein Audio-Ausgang, 3,5 mm Klinke. Das ist der Power-On-Taster, der ist auch nochmal selbst beleuchtet. Auf der Rückseite dann die übrigen Anschlüsse. Ja, er hat Displays, nochmal USB, unser LAN-Anschluss. Und natürlich der Anschluss dann für das Netzteil. Das ist nämlich nicht integriert. Dafür ist die Geschichte dann hier auch zu klein. Deshalb hier ein externes Netzteil. Schaut euch mal die Größe an. Das Netzteil liefert maximal 65 Watt. Da wisst ihr also hier Bescheid, was das System maximal hinterlassen kann. Kommen wir jetzt auch nochmal zum Test. Als Betriebssystem ist hier Windows 11 Pro bereits installiert. Müsst ihr also hier nicht mehr upgraden. Es ist auch aktiviert. Das habe ich auch nochmal im Speziellen geprüft. Windows selbst läuft natürlich mit der Leistung hier von dem Prozessor einwandfrei. Da habt ihr erstmal, was Office so angeht oder Stream, beziehungsweise YouTube-Videos schauen, Social Media, absolut keine Probleme. Mit 16 GB Arbeitsspeicher seid ihr diesbezüglich ohnehin safe. Der Festspeicher von 512 GB ist erstmal ein ganz guter Schnitt. Lässt sich aber hier ja problemlos erweitern. Dazu später mehr. Normalerweise sage ich ja immer, ja die Systeme sind nicht zum Zocken gedacht. Sind sie primär auch nicht. Möglich ist es allerdings trotzdem. Leider ist hier selbstverständlich keine dedizierte Grafikkarte möglich. Das heißt beim Gaming limitiert hier natürlich die On-Bord-Grafik. Also die Intel Iris XE. Heißt aber nicht, dass die nichts kann. Ich habe mal zwei Games installiert, um es zu testen. Natürlich habe ich mir vorher schon die Spiele so ausgesucht, dass ich dann auch davon ausgehen kann, dass die halbwegs vernünftig auf dem System laufen. Und das ist dann wirklich mein absolutes Lieblingsspiel. Ja, ich zocke nicht nur Battlefield. Wenn es in Richtung Singleplayer geht, stehe ich absolut auf Subnautica. Ist auch mal so zum Testen von solchen Systemen ganz gut geeignet, weil das Spiel einfach super aussieht. Hier getestet bei 1920x1200 und maximalen Grafikeinstellungen. Ich weiß, das Spiel ist nicht so ganz aktuell, aber AAA-Shooter auf dem System zu testen wäre natürlich ein bisschen Blödsinn. Und was Subnautica angeht, es läuft auf jeden Fall ein bisschen grenzwertig. Das sieht man so in den Aufnahmen jetzt erstmal nicht. Aber ich merke, dass ich bereits ein geringes Input-Lag habe. Aber hey, wir spielen auf Max-Settings. Das heißt, wenn einen das stört oder wenn mit Late-Game vielleicht ein bisschen mehr los ist, könnte man das auch noch ein bisschen runterstellen. Ich habe ja schon erwähnt, hier hängt es auf jeden Fall nicht am Prozessor, hier hängt es an der Grafikkarte. Und da hat man also noch Möglichkeiten, da mehr FPS rauszuholen. Bei Max-Settings ist es auf jeden Fall spielbar und macht auch echt Spaß. Ihr habt ja auch gesehen, so beim Intro, dass wir hier keine größeren Ruckler oder Hänger haben. Es geht dann eigentlich eher um die Inputs. Und Subnautica hier absolut spielbar. Systemvoraussetzungen hier für Subnautica werden erfüllt. Da kann man sich auch ein bisschen ausrechnen, ein bisschen nachgeschassieren, welche Games noch laufen. Weil das natürlich mir nicht ausreicht, habe ich mir noch ein zweites Game ausgesucht. Hier auch ein etwas anspruchsvolleres und zwar The Forest. Ebenfalls Auflösung bei 1920x1200. 1440p, denke ich mal, ist ja auch nicht das Problem, weil das dann eher auf den Prozessor geht. Grafikdetails hier immerhin auf hoch. Das Intro lief schon mal absolut problemlos ab. Auch die Ladezeiten bin ich jetzt nicht so groß drauf eingegangen. Und das läuft soweit auch hervorragend. Gameplay hier sieht man jetzt erst mal so auf den Aufnahmen auch nichts. Läuft alles smooth, läuft alles flüssig. Keine Ruckler. Es hängt auch nicht mal so zwischendurch, dass er nachladen muss. Aber ebenfalls hier beim Input hat man schon so ein leichtes Lag. Das heißt, die Maus schwimmt schon so ein bisschen nichts Dramatisches. Auch hier könnte man, wenn einen das stört oder wenn dann später ein bisschen mehr Action ist, und das System mehr zu arbeiten, mehr zu berechnen hat, kann man dann zur Not das mit den Grafikeinstellungen dann noch ein bisschen runternehmen. Wir sind immerhin auf hoch. Auch hier hat man genügend Potenzial, um sich das dann halt alles später noch ein bisschen flüssiger einzustellen. Absolut spielbar. Sieht auch richtig geil aus. Und da sehen wir also, die Systeme auch mit der integrierten Grafik. Heißt nicht immer, dass man da mit Sumo gar nicht zocken kann. Es geht schon klar. Meistern halt ältere Titel wie Portal läuft hier natürlich auch. Auch die älteren Borderlands Titel sind hier kein Problem. Nur aktuelle AAA-Titel, die würden dann nicht mal auf niedrigen Einstellungen laufen. Da braucht man dann die dedizierte Grafikkarte, also eine 30-60 Minimum, dass man dann halbwegs aktuelle Spiele dann auch zocken kann. So, dass es halt noch vernünftig aussieht und dass es halt auch keine Diashow ist. Das System selber läuft dabei stabil. Das heißt, ja klar, der Lüfter, der läuft natürlich dann auch an. Im Idle hört man das System dann gar nicht. Wenn man dann zockt oder Benchmarks durchjagt, dann hört man den. Aber ohne, dass es einen auf die Ketten geht. Also es bleibt noch bei einer vernünftigen Geräuschkulisse. Natürlich reichen uns die reinen Praxistests nicht. Wir brauchen Zahlen. Deshalb habe ich noch ein paar Benchmarks durchlaufen lassen. Blende ich euch mal ein. Also Geekbench und Cinebench, da liefert hier der Prozessor auf jeden Fall ordentliche Werte ab. Das ist mehr als ausreichend für einen Standard-Office-Rechner. Damit kann man schon ein bisschen mehr anstellen. Das Einzige, was hier nicht so ganz reinpasst, das sind halt die Lese- und Schreibwerte der SSD. Gute Werte einer SATA 3 SSD, aber da ist natürlich noch mehr drin. Und wie man das Ganze macht, das schauen wir uns jetzt hier nochmal an, indem wir mal kurz die Rückseite hier aufschrauben. Das sind dankenswerterweise einfach nur Standard-Kreuzschlitzschrauben. Dann muss man sich hier also jetzt nicht irgendwelche crazy Schraubenzieher aus China importieren, damit man die Kiste aufbekommt. So, machen wir das Ganze mal auf. Wir haben hier sogar noch richtig Platz. Und das ist nice, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber die SSD, die ja schon verbaut ist, die ist tatsächlich passiv gekühlt. Und dann haben wir direkt daneben unseren zweiten M2-Slot. Und da kann man jetzt easy dann hier noch eine SSD halt einbauen. Das wäre jetzt auch echt der einfachste Weg, um den Speicher zu erweitern. Ja, ich habe es vorhin nicht erwähnt, aber da ist ein HDMI-Kabel hier schon dabei, das wir dann gleich loslegen können. Und das ist dann hier noch ein Kabel für die SATA 3 SSD, wenn wir die halt auch einbauen wollen. So, da sind jetzt auch schon ein paar Schrauben dabei. Und wir haben noch diese Metallplatte. Da könnten wir das System jetzt auch zum Beispiel an die Wand bohren. Die sind ja da sind entsprechende Aufhängungen dabei. Hat man wirklich an alles gedacht, damit man schön flexibel ist. Wenn ihr den Speicher aufrüsten wollt, noch so ein kleiner Tipp, würde ich auf jeden Fall eine M2 SSD empfehlen. Denn die sind derzeit so günstig, dass ich eigentlich die preislichen Unterschiede zwischen einer SATA 3 SSD, 2,5 Zoll und einer M2 SSD. Das lohnt sich eigentlich nicht so wirklich. Ihr könnt im Übrigen auch die vorhandenen SSD rausschmeißen, vorher noch die Treiber sichern. Das geht über die Konsole in Windows 11 Pro. Und da eine neue SSD halt reinbauen. Das geht auch zum Beispiel für eine größere, wenn ihr halt haben wollt. Dann könnt ihr ja massenhaft Speicher aufrüsten, bis der Arzt kommt. Okay, das soll es gewesen sein zu den Nipoji CK10. Für die 419 Euro, die er im Moment kostet, muss ich sagen, kein schlechtes Angebot. Displayport vermisse ich hier und die Les- und Schreibwerte der bereits verbauten SSD. Das habe ich schon erwähnt. Aber ansonsten ein praktisches kleines System, Freunde. Begrenzte Auswahl an Spielen läuft ja nun auch drauf, wie wir mal festgestellt haben. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Kann sein, dass ich einen Gutschein-Code noch bekomme. Weiß ich nicht. Wenn ja, findet ihr den auch in der Videobeschreibung. Das soll es gewesen sein. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, Freunde. Ihr findet in der Videobeschreibung auch Möglichkeiten, mich zu supporten. Und die ganzen Sachen, die ich so verkaufe, wenn ich denn welche bekomme, die findet ihr dann in meinem Ebay-Store. Alles verlinkt unten. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.